. Guten Abend miteinander. Wenn man an die Provence denkt, denkt man sofort an warme Farbtöne, an silberig, flimmernde Luft und natürlich an die leuchtenden blau-violetten Lavendelfelder und an die kunstvolle Keramik. Aber auch das Geräusch ist typisch. Man kann gut essen und das Poolspiel ist ein beliebter Zeitvertrieb. Viel von dem, was die Provence so berühmt gemacht hat, gibt es jetzt in ihrem Goet-Warenhaus zu bewundern und zu kaufen. Voilà la Provence! Ausatmen 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 Untertitelung. BR 2018 Provence from Orna, also zu Gast in ihrem Go-Parenhaus. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, nicht zuletzt schon wegen spannender Roulette-Spiel und der grossen Jackpot-Verlosung. Wie immer gibt es einiges zu gewinnen, unter anderem eine ganz tolle Reise für zwei Personen zu den schönsten Orten in der Provence. Heute möchte ich Ihnen ein wirklich gesundes Gericht zeigen. Ein gespickter Rindsbrot, von allen Seiten gut anbrotet. Mit Nägel und Lorchbeerblatt besteckten Zeebeln dazugeben. Ebenso Pfefferkörner und eingeweichte, trocknete Steinpilze. Das Brot mit Salz bestreuen. Ein bisschen Mehl darüber stäuben. Und dann mit Wasser und Pilzwasser ablöschen. Ich habe das hier schon gemischt. Dann zudeckt bei kleinem Feuer alles schmoren. Die Soße mit dem Stabmixer pürieren, mit Rahm verfeinern und nochmal erwärmen, aber nicht mehr kochen. Bevor Sie das Fleisch tranchieren, sollten Sie es 10 Minuten ruhen lassen, damit nicht zu viel Saft austritt. Und dann können wir die Soße drüber gießen. Dazu gibt es Hartöffelstock und eine Gemüseplatte. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche und morgen der ganzen Tag im Teletextzeiten 270. Einen guten. Und gerade jetzt zeigen wir Ihnen die Coop-Angebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Rahm und schlagbaren Halbrahm pro Liter, einen Franken günstiger. Coop Bohnencafé Jubilor 500g statt 7,10 nur 6,10. Coop Bohnencafé Espresso 225g statt 2,65 nur 2,15. Dilsitter 1A mild oder rezent 100g nur 1,25. Gerber Gala Frischkäse 2x80g statt 3,50 nur 2,60. Zwei Liter uprisierte Vollmilch oder Milchtrink 30 Grappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ausländische Tomaten das Kilo nur 3,60. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017